Radio Siegen, live von Gilla, Florian Rubens und Ann-Christin Schmidt. Wer der Kollegin ist so ein bisschen die Wimperntusche verlaufen. Ja, es war sehr heiß im Zelt bei Falk & Sanz. Heute später noch auf dem Gilla, die Philharmonie Südwestfalen, großes Kino. Außerdem später noch Nina Attal. Und morgen dann der große Endspurt mit Roger Hodgson und Roadie Ray Savanagon, klasse. Außerdem im Mittelzelt Musik und Spaß und natürlich auch wieder Gaukler, die hier rumspringen. Und uns gibt es auch Radio Siegen. Wir freuen uns auf Sie. Ich bin Dieter Falk und heute ist Pfingstsonntag. Und es ist das 27. Kulturpur für mich das erste. Und hier auf dem Gilla habe ich Skifahren gelernt. Aus mir ist kein Skifahrer geworden, sondern Musiker. Ich bin total froh, dass ich heute in meiner Familie und meiner Band hier sein kann. Hallo, ich bin Nina Attal. Ich hoffe, dass ihr gut geht. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier in Siegen für den Kulturepure Jazz Festival sein kann. Ich bin froh, dass ich mich heute in der Kulturepure-Jazz-Festival bin. Ich glaube, dass wir ein sehr guter Moment sind. Und n'hésitez nicht zu mir, wenn ihr mich nicht kennt, auf Internet. Und ich sage Ihnen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Change the world on TV No matter without you No matter without you Change the world on TV No matter without you No matter without you No matter without you Everybody scream